also irgendwie gefühlt ruckelt das heute schon wieder heftig doll ich weiß nicht warum alles klar infisans jetzt tücher looten fleisch packe ich gleich mal rüber und haben wir kein ölfass doch da ok wer hatte du hattest noch ganz viele früchte die kann ich jetzt nicht tragen ziehe ich mir rüber so rein damit ok was haben wir dann hier amma berries noch drin in gregory und so und asyl berries ach so ich habe keinen platz mehr das ist natürlich nicht so gut jetzt schmeiße ich den ganzen quatsch weg so gut ich will jetzt holz das kann alles raus das behalte ich mal erst mal weil wir später noch ein gewächshaus machen wollen und hier habe ich was habe ich denn hier alles für ein kram drin wer braucht denn das was ist denn das ich muss ganz kurz aussortieren dann holen wir holz na ja ja fein fein so hier waren glaube ich die ganzen baupläne drin hier den santiago sperr brauchen wir noch was brauchen wir noch das behalte ich auch das kann da rein das behalte nicht alles fällt flasche das kann raus fackeln die behalte ich lieber fackeln obwohl die sind ja kaputt passt zumindest um nikola gut ja passt eigentlich das schmeiße ich hier noch rein das kann raus aus wo habe ich denn die zähne hingeknallt habe ich denn hier die ganzen trophäen habe ich die denn hier nicht habe ich glaube ich die sattel ja glaube ich habe noch keine trophäen sammeln doch hier habe ich ein bisschen was ach guck mal interessant was denn hier alles noch drinnen ich war noch gar nicht fertig mit sortieren aha erwischt das kann da rein ja dann packe ich den ganzen müll jetzt hier rein ich weiß nämlich gerade nicht wohin damit so fans foundations fans support ok wo ist der bieber ich höre dich aber ich sehe dich nicht hier herrnando und hier ist du den stream über die grafikkarte oder die oder die cpu warte mal ganz kurz kannst du gerade gar nicht beantworten moment ich check das denn 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 ich weiß es gar nicht gpu scheinbar du kannst bei max 30 fps in game festlegen ok dass ich habe das aber tatsächlich muss ich jetzt mal so zugeben ich habe das nur bei cabalos ne ich habe das sonst nicht aber du hast den link gepostet naja soll mag er nicht der streamlips also ich habe irgendwie dieses geruckel dieses gefühl habe ich immer nur hier wenn ich jetzt auf fjörnur zocke oder auch sonst in im stream andere eine andere art map habe ich nehme auch parallel noch auf für für youtube tatsächlich und das ist aber nur bei cabalos so krass naja mal gucken vielleicht muss ich wirklich hier bei cabalos die fps zahl runter drehen ich wäre ein bisschen schade so Guten Morgen, Psaat. Guten Morgen. Wieso stehen die ja eigentlich alle so rum? Moment, das ist nicht okay. Ich finde das nicht gut. Wir müssen das ändern. Ich überlege gerade, ob wir nochmal schnell... Ah, den brauche ich wahrscheinlich sowieso gleich. Weil, ich glaube, ich werde nochmal kurz rüberplatten. Oder rüberporten Richtung Kristall. Du kannst hier oben hin. Bei Kristall brauchen wir eh noch. So, du bist voll mit Holz. Bisschen Beeren, das passt. So. Ruckelt das denn im Stream selber, Leute? Irgendwie mit dem... Ruckelt das bei euch? Also, in-game? Sieht das irgendwie ruckelig aus? Oder geht das? Ist das jetzt nicht so merklich? Ist das nur bei mir so? So, ich wollte mich ja porten. Also, es ist jetzt auch nicht doll bei mir, aber es fühlt sich halt so an. Einen wunderschönen guten Morgen, Rimnir. Hallöchen, Futschi. Guten Morgen. Kommen sie alle eingetrudelt? So, ich gehe mal rüber Richtung Kristall. Ich vermute, da wird es gefährlich. Da sind immer böse Tiere. War ein bisschen länger gestern. Das ist völlig okay. Gestern war Karfreitag. Da kann man auch mal was länger machen, ne? So. Standbild. Hm. Ja. So, dann mal gucken, was hier so los ist. Irgendwelche Skorpione. Allosauren. Ach, hier, guck. Schön, Chitin. Das ist doch gut. So. Ähm. Ich würde sagen. Oh, hallo? Was war das denn jetzt? Warum? Oh nein. Wieso? Hä? Oh, bitte nicht. War jetzt. Oh nein. Das hatten wir doch beim letzten Mal nicht. Was ist denn hier los? Oh nein. Lieber Kabalos-Map-Entwickler. Das ist übel. So komme ich nicht ans Kristall. Das war doch letztens nicht so. Es gab ein Update wieder von Kabalos. Aber dieses Update hat leider keine guten Sachen gemacht. Ja, cool. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie wir das machen. Oder ob der Ankylo das trotzdem erwischt. Müssen wir mal gucken. Ah, verdammt. Was ist denn da los? Ja, ich weiß auch nicht. Also, wir konnten uns ja letztens noch hier raufstellen. Jetzt können wir es zumindest nicht mehr. Nur hier vorne. Sehr, sehr ungünstig. Hier gerade so. Ich meine, ich kann jetzt mal versuchen, den Ankylo herzuholen. Und wir versuchen das einfach so. Hier so zum Beispiel. Wir gucken mal. Wer war jetzt der Ankylo? Der Nando nicht? Gregory, ne? Gregory? So, lass mal gucken. Also, hier geht's auf jeden Fall. Ich werde dann erstmal lieber... Ich werde mal kurz... Hallo? Wege dich. Hier. Nein. Ja, hier. Nee, da kommst du nicht durch. Bist du... Geht nicht. Ja, geht nicht. Okay. Hier lang. Ich probiere es einfach mal. Oh Gott, das ist ganz furchtbar. Aber im Prinzip geht es. Es geht. Aber schön ist was anderes, ne? Okay, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Okay. Oh Gott. Oh nein. Gut, dass noch Boden drunter ist. Ja, das stimmt wohl. So, passt mal auf. Ich packe das ganze Kristall hier rein. Dann probieren wir mal, den Rest auch noch abzubauen. Ah, jetzt habe ich halt die Befürchtung. Wir hatten ja am Anfang, als wir angefangen haben, hatten wir auch das Problem, dass wir überall durchgefallen sind, ne? Durch sämtliche Bauwerke hier und so. Und ich befürchte, dass das jetzt auch wieder der Fall ist. Naja, mal gucken. Voll. Ich glaube, viel mehr kann er jetzt auch nicht tragen. Nee, Schluss. Schluss mit lustig. Ähm. Okay, dann porte ich uns mal alle rüber. Sunwrench. Da holen wir uns den Gregory auch noch rüber. Dann haben wir ja jetzt ein bisschen was. Ein bisschen Kristall. Ich glaube, der Gregory hat noch ein bisschen Stein in sich drin, ne? Deswegen ist er so schwer. So. Ja. Also Stein und Kristall holen wir mal fix raus und dann geht's weiter im Budenbau. Halt. Halt. So. Das sollte wohl etwas reichen erstmal. Zack. Sehr schön. Okay. Was wollte ich machen? Ich wollte, ähm, den Fansupport setzen und ausprobieren, ob die Wände dort überhaupt snappen. Weil dann bauen wir nämlich diese Metallgitterteile. So, hier haben wir den Fansupport. Und das geht. Das ist ein Träumchen. Das ist ein Träumchen. Oh, wie gut ist das? Okay, cool. Dann setze ich jetzt hier noch ein bisschen weiter. Wir haben noch acht Stück von denen. Die Frage ist, wie groß machen wir das Areal? Wie viel Platz brauchen die, Ortelli? Reicht das so? Dann machen wir noch ein viertes. So. Ich glaube, so sollte das reichen, ne? Von der Breite her. Dann haben sie hier schön Auslauf, die guten. Okay, jetzt brauche ich erstmal den ersten Snappoint wieder. Äh, hallo? Komm schon. Mach jetzt nicht, mach es nicht so spannend schon wieder. Ihr findet gar keinen Snappunkt. Das ist ja auch spannend. Ah, jetzt komm. Ich glaube, wir gehen mal in K-Modus. Vielleicht ist das einfacher. Er findet gar keinen Snappunkt. Das ist natürlich noch viel fantastischer. Ja. Räumchen. Ah, jetzt. Jetzt habe ich ihn. Okay. Gut. So. So. Hier stimmt irgendwas nicht. Hier habe ich gerade Blödsinn gemacht. Moment. 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 Ich habe nur noch sechs. Das reicht doch vorne und hinten nicht. So. Ja. Konzentration. So. Okay. Jetzt brauchen wir noch? Weiß ich nicht. Was hältst du eigentlich von Tech-Tieren? Ach, von Tech-Tieren. Tech-Tiere. Gott. Ich denke, hey, was ist denn Tech-Tieren? Hä? Tech-Tiere? Ja. Finde ich nicht so cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das einzig Coole an Tech-Tieren ist, dass man halt bestimmte Ressourcen rauskriegt. Ja. Aber ich finde die halt nicht so cool. Genau. Tech-Tieren. Also Tech-Tieren ist jetzt nicht so das, was ich so gerne tue. Ähm. Wie viel sind das noch? Zwei? Drei? Vier? Ich mache zehn. Ich baue noch zehn. So. Wo haben wir die? Fans. Ich muss mich beeilen, bevor es gleich wieder dunkel wird. Wie ist das? Mach nochmal zehn. Zack. Finde ich auch. Bis auf Tech-Paras. Die finde ich schön designt. Ja, die sehen ganz hübsch aus, so im Prinzip. Weil normale Paras ja auch immer eher so... Brauchst du ja irgendwie nicht, ne? Aber in der Tech-Variante haben sie wieder irgendwas. Aber ich mag auch zum Beispiel gar keine Tech-Rechse. Man zähmt sich die zwar ab und zu mal, weil man das tut. Warum auch immer. Oder um einen ganz hohen Level einfach zu haben. Aber schön sind die nicht. Ich bin mega gespannt, Leute. Im Mai kommt ja dann hoffentlich endlich Genesis Part 2. Wenn es denn nicht zum tausendsten Mal verschoben wird. Da bin ich auch mega gespannt, was da alles auf uns wartet an Varianten. Ich hoffe, dass das bald stattfindet. Da werden wir dann... Mal gucken, wie weit wir dann hier bei Kabalos sind. Wenn wir dann zwitschen, ne? Samstags. Reicht, ne? So, ist gut. Jetzt muss ich nur wieder die Kurve wieder kriegen. Das ist so eine Sache. Komm schon. Mach jetzt hier den Snap-Punkt. Wenn ich jetzt G drücke, dann geht er nur in diese Richtung. Äh. Wollte ich auch gerade schreiben. Gibt es ja so Tech-Giraffen, die so einen Farm-Laser-Strahl haben. Ich weiß nicht. Tech-Giraffen? Habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ich bin echt... Aber ich bin... Da bin ich wirklich gespannt drauf. Gib mir meinen Snap-Punkt. So, heute ist wieder ein bisschen arschig, ne? Ich fang mal von der Seite an. Vielleicht hab ich hier mehr Glück. Obwohl, das funktioniert, glaube ich, so nicht. Wie ich mir das gerade denke. Ach man. Komm, wir machen das wieder so. Aber er hat... Diesen Snap-Punkt nicht. Das verstehe ich nicht. Was soll denn das? Hallo? Okay, das ist jetzt so ein Moment, wo ich mir denke... Arschloch-Spiel. Wo ist denn... Normalerweise geht da doch alle Snap-Punkte durch, ja? Und jetzt macht er hier einfach nur in die Richtung. Und das macht mich kirre. Andere Richtung. Andere... Ja, von mir aus. Dann halt in die Richtung. Ist das jetzt gerade? Ist doch schief. Das ist doch schief. Oder? Nee. Hä? Ah, siehste, ich hätte sowieso einen vorher machen, abbiegen müssen. Das ist auch ein Thema. Okay. Vielleicht schon mal Wände übers Eck setzen, meinst du? Weil ich versuche es jetzt noch einmal mit dieser Ecke hier. So wie eben. So sehe ich aber nix. Ich sehe nischt. Ist das gerade? Ist das gerade? Leute? Ja, ne? Oh, das sieht gut aus. Okay. Oh, ein schöner Regen. Mensch. So. Einen noch. Fertig. Hab's. Oder ist das... Doch, ist gerade, ne? So, ja, komm. Jetzt holen wir fix die... Wenn wir dann genug Metall haben, ist das natürlich auch die Frage. Jetzt holen wir diese Gitterteile. So. Jetzt holen wir... Wo sind die hier? Diese. Machen wir die zwei hoch oder machen wir die... Ich weiß es nicht genau, ne? Machen wir die... Ich mach mal 20. Halt. Ich weiß nicht genau, ob wir lieber zwei hoch gehen sollen. Nicht, dass die da rüber jumpen. Wenn wir die auf Wandern stellen oder so. Weil ich glaube, auf Wandern stellen wäre schon eine feine Sache, oder? Eins hoch schaut besser aus, glaube ich. Na, wir gucken mal. Ich hab halt ein bisschen die Befürchtung, dass die auf Wandern stehen, dass die auf Wandern stehen, dass die ins Wasser gehen, dass die draußen rumtouren, schwimmen, wieder reinkommen. Aber ich glaube, das kriegen wir gar nicht realisiert. Können die das? Kann die KI das? Halt. Ich heute, also irgendwie... Lauf doch mal geradeaus. So viel Eierlikör war das doch gestern nicht. Mann, Mann, Mann. So. Wir schauen mal. Der Agent wird hier drin geparkt. Das Gemüse kriege ich hier leider nicht weg. Aber ich sag mal, wenn der Zaun drum ist, dann ist das auch okay. Dann dürfen hier auch wieder Sachen drin sein. Na? Guck mal, das könnte wirklich reichen, ne? Sollte vielleicht lieber reingehen. Gibt's da nicht was von der S+, wo sagt Viech bis hier hin? Und nicht weiter? Bestimmt. Ist hoch genug. Haben wir natürlich viel zu viele gebaut. Aber wer weiß, wofür wir die noch brauchen können. So. Hier können's vielleicht nochmal kritisch werden. Okay. So, jetzt kommt der Clou. Also wir können's entweder so lassen. Aber ich glaube, dass es besser aussieht, wenn wir das hier wegnehmen, ne? Heid. Ist das gut? Ist das gut? So, hier können wir... Wir können ja nur kriechen. Ist aber völlig okay. Das ist ja auch für die Otter. Passt, oder? Hier können wir natürlich noch schön Deko reinpacken. Und das machen wir auch. Und ein extra Futtertruck für Fisch reinkommt und sowas. Ähm. Vielleicht auch noch ein paar Lämpchen oben drauf stellen. Vielleicht kann man das ja machen. Wir brauchen unbedingt noch ein paar Lampen. Das sind ja auch Raubtiere. Die sind ja viel zu süß für diese Welt. Und dementsprechend gefährlich. Diese furchtbaren Otter. grauenhafte Viecher. So. Okay. Ähm. Wie krieg ich die ja jetzt alle hierher? Das ist ja ein Riesen... Wir schmeißen die am besten einfach hier unten rein. Ich glaub, ich werd die von hier oben hier runter schmeißen. Und dann nehmen wir die auf Follow. Oder ich nehm sie gleich auf Follow. Wir springen rein. Und dann geht's hier rein, oder? Aber vorher müssen wir noch ein Dach bauen. Ich brauch noch ein Dach. Und, äh... Ach nee, da muss ich ja... Ich wollte doch das eine Ding noch testen kurz. Wir haben ja eins noch hier. Ob das mit diesem Metallding gut aussieht. Ich weiß nicht, warum man, äh... in so einer Mod, äh... wo das um... wo es um Ställe und sowas geht, so eine Metalldinger hinpackt. Also, warum haben wir so eine Metalldächer? Das macht halt gar keinen Sinn. Oder? Hab ich da irgendwie einen Denkfehler? So, wir brauchen auf jeden Fall noch sehr viele davon. So, drei, sechs, neun, zwölf. Fünf, zehn, acht, zehn, einundzwanzig. Dreiundzwanzig. Ich glaube, das könnte eng werden. Oh. Dreiundzwanzig von den Dächern. Und ich glaube, das war auch immer so ne Snap-Arie. Dass das nachher auch ordentlich aussieht. Mal gucken. So, dreiundzwanzig von denen. Lassen wir das als Flachdach, ihr Lieben? Oder was meint ihr? Oder sollen wir noch ein anderes Dach nehmen? So, ein Hingucker ist das jetzt auch nicht, ne? Haben die Kleinen schon Sender? Kann ja immer sein, dass die durch die Welt glitschen. Gerade heute wieder bei, beim Kristall stimmt. Wir sollten noch ein paar Sender basteln. Hier haben wir ja noch eine Schwangere. 20 Minuten. Die anderen sind alle da. Okay, wir brauchen also auf jeden Fall noch mindestens vier Sender. Wie viel können wir denn bauen? Ich glaube, wir haben gar kein Prime-Meat. Drei. Flachdach mit einer Reihe Dach auf der Wasserseite. So sehen Ottergehege aus im Zoo. Achso, du meinst überstehend, ja? Also bräuchten wir noch mal, wie viel dazu? Viele. Tun, du verstehst mein Geschreibtsinn. Ich verstehe das. Rimnir, alles gut. Ähm.